ja hallo leute und herzlich willkommen zurück das war es richtig synchron nein ja ich gar nicht ja doch guck mal ins video rein ja wir wir in der letzten folge wollten wir eigentlich dunkel und ja markt zeigen allerdings dass man bei mir die aufnahmen müssen abgebrochen so aber lass dann das jetzt so ziemlich gleichzeitig machen dann machen wir das halt alles noch mal neu ja ich frage mich auf das beginnend ist die maunzen auch geben wird die dunkel jahre war uns auch nach vor ich bin alle ich habe noch nicht alle wo ich sie wieder gerade so eine der so ein paar gerade auf einmal da wie viel Punkt hast du schon 17 vor Ort draußen mein Fenster zugemacht warte da mach ich glaube ich mein Herz auch gleich mal zu ja ich warte dann auf dich da ist der letzte hogger bam durch so ich bin fertig du bist durch ich meine total durch 30 und 40 mein dunkelmond jung ist rausgeholt ja ich hab das geschafft geht das willst du eben dein ja ja das hast du das auch schon ich hab warte ich hab sogar ich hab ich glaub dass meine schwester sogar draußen die nur so rum schreit ich zeig dir mal alles was ich vom dunkel und ja markt habe ok wenn es da am kloten gut hätte absetzen b zeige ich euch das gleich mit Tom wieder da ist auch nachher Ah, der hört mich immer noch nicht. Dann trinke ich mal kurz einen Schluck. So, wieder da. Yo, also ich zeige dir erstmal meine Haustiere, die ich vom Nunkum und Jamal habe, ne? Ja, mach. Einmal hier, der ist Dunkelmond Junges, ne? Dann den Panzer. Dann den Zeppelin. Zeppelin ist auch richtig cool eigentlich. Ja, mehr habe ich jetzt noch nicht und dann halt beide Mounts. Den Dunkelmond Tanzbär und wer ist der andere nochmal? Ja, so ein Schreiter. Ja, ist es der Frühlingsschreiter? Ne. Naja, egal. Ja, Ostern. Ja. Ja, wir sind schon ziemlich groß. Hast du dich schon abfeuern lassen? Ja, ich fliege schon. Gut, weil wenn man dann gleichzeitig sozusagen in der Luft ist, naheinander ist das immer richtig kacke, finde ich. Ja, geil. Ja, geil. Ich drücke eins, passiert nichts. Lol. Ja. Ich bin einfach, äh, recht weit geflogen. Ich bin auch gerade noch richtig weit geflogen. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Hinter dir. Im Wasser. Achso, unter Wasser. Yo. Oh, Tim Silber, ey. Ja. Ja. Ja, ja, noch arm. Mit 85-30. Ja. Schießt mich ab. Und hinterher. Ich bin noch nicht gelandet, aber ich habe jetzt drei. Hast du jetzt beim ersten gar nichts bekommen? Oh. Ich bin noch, ich habe gar nicht getroffen. Bei mir hat das voll den Delay irgendwie. Ja, ich drücke eins, passiert nichts. Und dann, äh, ich muss jetzt viel, viel früher drücken. Dann einfach die Sekunde später passiert dann was. Lass sein, dass die Server ganz schön laggen, da, oder? Ich teste mal eben was. Kann sein, weil... Na, Chat ist so ganz okay noch. Hast du eine Angel dabei? Ja, ich weiß auch. Ja, dann angel doch hier mal, da sind immer ein bisschen Gold. Ja, ich... Keine mit. Ja, guck, ich habe gedrückt, pass, äh, ich bin rübergeflogen, schon wieder. Ah, ich habe aber auch einen Angel. Na, der will ich aber abeln. Nein. Ja, kommen direkt meine Eltern hoch. Machen die direkt erst mal, ich krach. Wenn man aber nicht gehört. Ja, ich weiß auch. Das ist nervig. Mich schnervt. Das ist ja unschön. Jetzt, ich hoffe, dass... Oh, Erfolg. Der alte... Das ist mehr. Hm? So, ich könnte mal in den Gruppenchat wieder gehen. Dass ich das hier angewispert werde. Ja, jetzt wird es geschafft. Endlich. Ja, ich muss aber jetzt auch nochmal... So, und was war in der Kiste? Oder in den beiden Kisten? Aha. Jetzt habe ich wieder gar keinen Inventarplatz mehr, geil. Lol, hast du noch gar nicht geangelt? Hast du wirklich wenig geangelt, dass du gerade erst 50 Fische den Erfolg hast? Ja. Weil ich habe schon tausend Fische. Oh, du hast ja jetzt auch mit allen diese scheiß Schildkröte. Hm? Ja. Muss ich auch noch haben. Es muss noch richtig viele Mounts haben. Ich hoffe, dass die nicht alle weggehen. Ja, ich auch. Das ist eigentlich ziemlich doof, dass das dann immer so... Ah, sonst wäre es auch ein bisschen kacke, wenn man das jetzt nicht so machen würde, dass die nach den Enderns viel schwieriger zu bekommen sind, weil sonst müsste man ja eigentlich nur durchlaufen. Ja, aber manchmal wären sie ja auch einfach ganz rausgenommen. Das finde ich ja blöd. Jetzt hat man deine Schwester. Hm. Äh, ganz rausnehmen finde ich kacke. Außer man hat sie dann schon selber. Na, dann ist das cool. Ja, was anders ist jetzt bei den Gladiaten, das ist sehr klar, dass die da draußen sind. Ah, dafür kommen ja auch neue. Ich will auf jeden Fall so einen blöden chinesischen Drachen haben. Asiatischen. Die chinesischen. Ching-Chang-Chang. Ja, die kommen auch in China, die Drachen. Haben die importiert. Lein, manchmal trifft der einfach gar nicht, ich hätte voll kein Aim hier. Du hast wohl voll kein Aim. Nö, ich hab mitten drauf geschossen. Wusstest du, dass man dreimal treffen kann? Nice. Das ist mir gerade eben das erste Mal aufgefallen. Jetzt treib ich immer dreimal eigentlich. Aus euch fällt es halt übel. Ah, fertig. Ja, das wird kein dreimal packen. Das war es noch nicht. an die Marke Ecke nicht aber ich auch nicht da ich habe keine Entschuldung mehr ihr Tor ich muss die ganzen Dunkeljahr mal der Folge eigentlich noch machen hast du die noch nicht mir fehlt da nur der Einladung hier der mit der Truhe die man sich da holen muss guck dir mal nächstes Jahr noch eins Töte das Killer Kaninchen des Dunkelmond-Jahr-Marx der ist neu geht es dir gibt es wahrscheinlich auch gar nicht na kann sein na dann wird es wahrscheinlich auch noch Dunkelmond-Jahr-Marx bei M.O.P. weitergemacht Ach du meinst Dunkelmond-Dungeonia meinst du? nein den habe ich schon welchen hast du denn mit der Truhe? das mit den Kaninchen habe ich nicht und das mit der Kampfgrube da ach so kann man ja ja da muss man ja diese Truhe holen Sonnturm nachts um drei Jahr wenn man hat keiner mehr lebt dann wenn man sich die Truhe nehmen so zu sagen er auch mit einer drinnen ist na als ob da mit einer drinnen ist ja doch auf Pernal schon doch das ist na nicht um so drei Uhr M.O.P. was bei mir nur Nudelsuppe zu teuer kann ich verstehen um 100.000 Gold ja okay kaufe ich dann einfach bei Ebay oh verdammt hat mich getroffen mir fehlt nur noch zwei hat mich getroffen ja ich bin fertig ja ich darf jetzt nochmal für zwei Stück da rein cool ne aber es gibt so viele boah auf jeden Fall ich brauche einen Frost ja können wir uns eigentlich auch nur beide holen ich brauche mindestens 1 2 ID ist uns noch eigentlich machen ja es ist auch nicht so das Problem und hier habe ich noch eine Quest wir sind überall noch Quest ich glaube man kann diese Quest jetzt auch täglich machen haben weil ich machen die wahrscheinlich überlegen nein ich hab die schon mal gemacht und ich hab die auch mit meinem umdings um zweimal gemacht mit meinem Jäger mach ich noch mal eben oder wenn die erste stelle ich mit einem Mamm und so hinter ich die Schildgröten ich bin manchmal trifft man einfach so zu erfolgen an ja ich baller einfach die ganze Zeit immer darauf hängt ja ich weiß es ist wie viel Kuhmann die Kampfgrube das war ich gerade niemand die Stadt schenken viel Spaß vielleicht kriege ich dann direkt die Tour ja die ist aber nur um 0 um 3 und um 7 da oder ne um keine Ahnung das ist ja blöd boah ich hasse das hier fliegen immer so Fliegen rum mein PC rastet auch schon wieder aus ja das hört man ja weil ich das Fenster nicht offen habe und dem dann kalt ist äh warm ist ja kalt obwohl doch das Fenster habe ich sogar aufnommen auf kipp aber ich stecke kalt ich muss auch diese dunkel in der Jahrmarkt Feuerwerk erfolgt machen ja den kannst du einfach machen eigentlich um machen einfach wenn du mal ein Magier bei dir hast oder so ja auch hier bin ich wo ich mir als erst gleich die Dunkelmond äh Schildkröte dann aber erst mal holst du dir alle Mounds oder ja ja ok so ich hole mir mal hier die ganzen Sonderschülerquests so mhm das würde ich glaube mit meinem Hordler würde das sogar noch hin äh passen dass ich das damit auch holen muss dann müsste ich nur ein bisschen Gold ausgeben ja auch ganz so machen Boah dann hätt ich das auch noch das ist eigentlich nicht so das Problem oder bisschen Gold wenn doch wohl es sei hier auf dem Zauber nicht teuren da wurde ja kostet so ein Teil sieben die ich einfach gleich erst mal pvp dann durch die drei ich frage mich eigentlich was mir fehlt wegen dem 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 Frost das sind auch schon die neun Erfolge für die neun Deutschen drin ich weiß aber die haben noch nicht alle die Icons Zügel der himmlischen Purpur-Wolkenschlange so ein Maunt will ich haben Inventar ist voll boah oder Zügel des Vulkansteindrachens willst du eine versiegelte Kiste haben? nein ok du weißt was in die die ich geangelt hab ach so doch dann schon dann händle mich an kann man nicht nur das geht nicht puh dann mach's auf Inventar ist ja voll den gibt's vom Händler ja genau ja hier ist auch ein Händler ja was soll ich dem dann geben mein Hab und gut oder wie weil ich gebe dir einfach das Zeug aus der anderen Opala aus der anderen ähm ja oder das und du bist gerade übelst am Rauschen oder ich geb dir das hier gib's mir das aber dann gleich wieder ok ok warum hast du auch den Scheiß auch die ganze Zeit mit? ja wo soll ich denn hin tun? Bank? voll mach ein Bankchar? ja kein Platz mehr heh ne Bankschar finde ich kacke was muss ich eigentlich für die Quest machen? sammeln wir mal noch ein bisschen so Gläser muss ich auch sammeln ich geh mich mal nach Sturm und chillen ich geh mich mal nach Sturm und chillen ah man braucht Vasa Garun und das kriegt man aus den ganzen Items die man hier einsammelt das ist eigentlich schon zugemacht und man braucht Edelsteine ach das dann für Jowodir wahrscheinlich mhm das ist ja cool gemacht eigentlich dann krieg ich auch noch mal ein paar Punkte lass mal vielleicht heute oder morgen das machen mit denen hm hm ah ja du bist gerade sau leise mein Dad jetzt geht's wieder wollt ihr mitmachen muss ich so muten hab ich gemerkt ja weil mein Mute Schalter macht ja bei meinem Herzen ja auch so Geräusche ne ah zum Glück nur ganz ganz leise doch 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 so laut ist das ja nicht doch geht du bist doch mal zu so pingelig ne doch nein lass mich in Ruhe wenn ich nicht nur noch mal sowas sag's geh ich war schon aber was mich ein bisschen aufregt dass ich bei Uldum bei dem Szener dass mir ein Erfolg fehlt das ist